Digital oder analog? Welche Medien haben größere Wirkung? Beschäftigt man sich mit dem Thema Medienkompetenzen, dann stellt man sich an einem gewissen Zeitpunkt sicherlich die Frage, oder die Frage wird einem gestellt, welche Medien nun die größte Wirkung erzielen und wie man folglich den Lehr- und oder den eigenen Lernprozess gestalten kann oder soll, um nicht nur effektiv, sondern vor allem auch effizient zu lernen und zu lehren. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht so einfach, denn man muss hier unterschiedliche Faktoren beachten. Welche Medien wurden untersucht? Wie war das Untersuchungssetting? Wie alt sind die Studien und was war damals gerade aktuell oder ein Hype? Michael Keres, der Inhaber des Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement und Leiter des Learning Labs der Universität Duisburg-S, hat bereits 2003 über die Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung nachgedacht. Damals wurde noch der Begriff neue Medien verwendet, der heute zunehmend durch digitale Medien ersetzt wird. Das Neue kommt schließlich auch mal in die Jahre. In einem Artikel mit dem Titel Wirkungen und Wirksamkeit neuer Medien in der Bildung schreibt Keres. Fragt man nach den Gründen für die Einführung neuer Medien in der Bildung, scheint die Antwort klar. Neue Medien erleichtern das Lernen und Lehren durch eine bessere Lernmotivation, sie ermöglichen neue didaktische Methoden und führen schließlich zu besseren Lernergebnissen. Und dies alles, so die Hoffnung, bei gegenüber bisherigen Verfahren reduzierten Kosten. Das sagt Keres. Der Autor geht dabei von einer Treatment-Hypothese aus, die allgemein verbreitet zu sein scheint. Die Einführung neuer Medien wird dabei als eine besondere Form einer Behandlung interpretiert, mit der sich Probleme des Bildungssystems kurieren lassen. Medien, so die Annahme, tragen ursächlich dazu bei, grundlegende Veränderungen des Lernens und Lehrens, der Bildungsarbeit und der Bildungsorganisation herbeizuführen. Genau diese Treatment-Hypothese kann paradoxerweise dazu beitragen, die Entfaltung möglicher Potenziale neuer Medien zu behindern, statt sie zu unterstützen. Demnach sind Medien für eine erhöhte Motivation wichtig, führen zu einem Lernenden zentrierten Unterricht, machen Wissen immer und überall verfügbar, sind innovativ und ändern das Bildungssystem. Aber halt! Ein Blick auf das Bildungssystem reicht, um zu sehen, dass es gerade nicht so ist. Keres führt dafür einen zentralen Grund an, das Individuum. Die Medienforschung macht aber auch deutlich, dass die Wirkungen sehr viel komplexer sind, als vielfach angenommen wird. Entscheidend ist die individuelle Verarbeitung des dem Rezidenten angebotenen Stimulusmaterials. Das mediale Angebot wirkt nicht unmittelbar auf den Einzelnen, sondern eine Vielzahl von Verarbeitungsschritten beeinflusst letztlich die Wirkung des Wahrgenommenen. Dabei spielen unter anderem individuelle Erfahrungen, aber auch soziale Normen und Werte eine wichtige Rolle. Philipp Wampfler, ein Schweizer Pädagoge und Autor, hat unlängst einen Kahoot-Sog konstatiert, der eigentlich nichts anderes meint als einen Rückgriff auf behavioristische Formate, Multiple- oder Single-Choice-Quizzes zum summatiefen Überprüfen von gelernten Fakten. Wampfler spricht in diesem Zusammenhang sogar von der Gefahr der Quizifizierung der digitalen Bildung. Wie viel lernen wir wirklich, wenn wir unter Zeitdruck gegeneinander Quizfragen bearbeiten? Wampfler ist es auch, der sich vor einiger Zeit die Frage gestellt hat, wie er den Einsatz digitaler Medien im Unterricht rechtfertigt. Als erste Antwort kam auch ihm, so schreibt er 2014 in einem Blogbeitrag, die Evaluierung seiner eigenen Unterrichtserfahrung. Doch war ihm dies nicht genug und er machte sich auf die Suche nach empirischen Belegen. Er wurde bei Hattie und Herzog fündig. John Hattie hat mit Visible Learning einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, Unterricht bzw. das Bildungssystem zu betrachten. Die nach ihm benannte Hattie-Studie basiert auf über 800 Meta-Analysen von mehr als 50.000 Forschungsbeiträgen. Dabei hat er die unterschiedlichen untersuchten Parameter nach Effektstärken und Einflussgrößen untersucht und klassifiziert. Sehen wir uns den Lernerfolg an. Hier rangiert die Selbsteinschätzung der eigenen Leistungsniveaus mit einem D von 1,44 an der Spitze. Die Computerunterstützung nur bei D ist gleich 0,37. Das D meint dabei Cohen's D und beschreibt die Effektstärke. Wie lässt sich dieses D nun deuten? Ist D größer 0,4, spricht Hattie von erwünschten Effekten. Liegt es zwischen 0,2 und 0,4, versteht Hattie darunter Schulbesuchseffekte. Ist der D-Wert zwischen 0 und 0,2, wird von Entwicklungseffekten gesprochen. Auch negative D-Werte sind möglich, sie haben einen Umkehrungseffekt und sind folglich als schädlich einzustufen. Für den Medieneinsatz würde dies nun meinen, es handele sich um einen Schulbesuchseffekt. Das führt aber zu wenig weit, denn digitale Medien ermöglichen sehr viel mehr als nur den Computereinsatz. So zum Beispiel das laufende Feedback geben mit einem D gleich 0,9 oder das Erstellen und Bereitstellen von Microteaching-Einheiten D gleich 0,88. Auch kooperative und individuelle Lernsettings mit D gleich 0,59 lassen sich umsetzen. Es kommt folglich nicht darauf an, was eingesetzt wird, sondern wie es eingesetzt wird. Der deutsche Bildungsforscher Bardo Herzig, Professor für allgemeine Didaktik, Schulpädagogik und Medienpädagogik an der Universität Paderborn sowie Direktor des Paderborner Zentrums für Bildungsforschung und Lehrerbildung, verdeutlicht dies in seiner Studie mit dem Titel »Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht?«, die 2014 erschienen ist. Er beschreibt darin fünf verschiedene Typen von Unterricht, in die mobile Computer integriert wurden. Dabei zeigt sich deutlich, dass oftmals nur eine Fortführung traditioneller, lehrendenzentrierter Settings erfolgt. CD-Player, Overhead-Projektor und Tafel werden durch Computer, Beamer und Smartboard ersetzt. Eine methodische Anpassung erfolgt selten. Der lernendenzentrierte Unterricht, der sich durch Selbststeuerung, Wissenskonstruktion, kritische Auseinandersetzung mit Inhalt und Medium, kollaborative Settings und ähnliche Beschreibungen, wie sie auch im 4C-Modell als 21st Century Skills beschrieben sind, ist nur in einem Typ zu finden. Axel Kromer, akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur der Universität Erlangen-Nürnberg, hat hierfür den Begriff »palliative Didaktik« geprägt. Zitat »Zusammende Bezeichnung für didaktische Maßnahmen, die nicht das Ziel verfolgen, das Schulsystem im Zeichen der Digitalisierung grundlegend zu verändern bzw. zu heilen, sondern lediglich dazu beitragen, dass die Schüler und Schülerinnen im traditionellen bzw. als krank empfundenen System bestmöglich angepasst sind.« Was bedeutet dies nun aber für Lehrende? Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es kein Wundermittel für guten Unterricht gibt. Wichtig ist, Fachwissen zu besitzen, pädagogische und didaktische Kompetenzen auszuprägen und zu trainieren und den Unterricht so zu gestalten, dass die Lernenden aktiv werden, sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen und auf ihre Arbeiten Feedback bekommen. Das bedeutet nicht, dass es keinen Frontalunterricht mehr geben soll und der Unterricht nur aus Projekten und freien Arbeitsstationen bestehen soll. Vielmehr sollen Instruktion und Konstruktion einander abwechseln. Unterricht soll nicht als entweder oder, sondern als sowohl als auch funktionieren.